und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von the isle of rima wir sind heute als kleiner pteranodon geschlüpft am rand der karte so wie es aussieht und wir haben ein geschwisterchen und eine mama sondern sind wir auch schon mal gefüttert worden ich weiß gar nicht kann der fliegen ich glaube noch nicht ich glaube das können wir erst wenn wir jugendlich sind keinen plan wo wir sind aber wir sind wirklich nah am rand der karte ich gehe mal ganz kurz ein bisschen gucken ich sehe nicht wirklich was gras ist halt sehr hoch hier überall nach wenn noch ein geschwisterchen gerade glaube ich bekommen zwei stück sogar oder ja zwei stück die schlüpfen gerade da sind sie hey frag mich ja ob wir auch ein papa haben oder ist das unser papa ich kann es nicht zuordnen sehen halt alle gleich aus ich bin auch ein männchen was passiert jetzt dann wird's fliegen gehen oder was ich glaube pfandfleisch ist abgestürzt oder wie ähm das Oder können wir mit Anlauf wirklich fliegen? Ne, ich glaube, wir können das noch nicht. Malso würde man doch abheben, auch wenn man nur die Leertaste gedrückt hält im Stand. Aber es sieht schon süß aus, wenn wir so unsere Flügel auseinander machen. Finde ich schon sehr niedlich. Wir befinden uns übrigens ganz im Osten der Karte. Okay, der Papa sollte gleich zurückkommen. Also ist das die Mama. Okay, Mama kann uns gerade nicht füttern. Die hat Durst. Ah, da kommt der Papa. Ah, da kommt der Papa. Direkt Papa nerven, wenn ich sein Lieblingsbaby bin. Oh, Papa ist hübsch. Guck mal, die blaue Maserung. Die bekomme ich bestimmt auch, oder nicht? Wir sind schon ein ganzes Stück herangewachsen. 13 Prozent. Ich weiß ja nicht, ab wann wir fliegen können. Wahrscheinlich ab diesem Status hier, wenn wir Juvenal sind. Kind. Ich weiß nicht, Oh, okay Papa stirbt fast, ich glaube ich bin zu gierig, was macht so viel Spaß zu betteln. Ich würde es am liebsten jetzt schon wieder drücken, aber dann verstoßen die mich bestimmt. Aber ich bin auch der Größte von den Kindern, oder? Das kommt, weil ich am meisten gebattelt habe. Ich bin das gierigste Kind, deswegen wachse ich am schnellsten. Oh yeah. Ich höre ein Kano. Kilkano sagt er. Ja genau, mit einem Terranodon. Die blaue Farbe ist wirklich schön, aber wir haben ein Essenproblem. Also Papa hat auch gerade kein Food und Mama ist gerade weg. Unsere Kinder sind voll negativ. 20% sollen wir wohl fliegen können, das wäre gut. Dann können wir uns mal schnell selber aufmachen. Ich hoffe, das stimmt auch. So, ist Papa auch weg. Sind wir ganz allein und wir haben kaum noch Essen. Das könnte wieder eine knappe Kiste werden. Ich glaube, wir brauchen 25%. Das heißt, wir müssen jetzt einfach darauf warten, dass sie wiederkommen. Hä? Der ist echt gestorben. Oh mein Gott. Der hat ja gar kein Food mehr. Oh mein Gott. Das ist ja so traurig. Oh nein. Ich hoffe, unsere Eltern kommen gleich wieder. Das sieht echt gut aus. 21%, vielleicht 25%. Dass wir dann fliegen können. Das kann sein. Oh Gott. Das ist jetzt ein bisschen grausam, muss ich sagen. Oh, ich kann essen. Ist das gut, jetzt Cannibal zu sein? Egal. Bisschen Food muss sein. Und wir können fliegen, das erste Mal. Oh, schön. Okay, wir müssen schnell trinken kriegen. Oh, das war lucky vom Timing. Ich hoffe, ich finde das Nest wieder. Wir müssen uns echt beeilen. Wir kriegen schon Schaden. Wir können uns jetzt nicht darauf verlassen, dass Mama und Papa wiederkommen. Ich glaube, die können uns auch gar nicht mehr feeden jetzt. Da vorne ist Wasser. Da fliegen wir hin. Und kommen noch Ausdauer. Da unten ist noch ein anderer Terranodon. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil die meinten doch vorhin, dass irgendwelche Cannibal-Terranodons unterwegs sind. Ich versuche mal schnell zu landen, damit er mich nicht sieht. Wir müssen jetzt sowieso super schnell trinken. Wir können jetzt auch nicht groß scouten, ob hier Crocs sind oder so. Wir müssen einfach trinken. Oh Gott, das ist ja schon wieder eine grausame Kindheit. Den eigenen Bruder verspeist. Oh Mann. Oh Gott. Wir haben auch keine Diät mehr, gar nichts. Wir müssen gleich unbedingt Fisch fangen. Sobald wir getrunken haben. Das war ein grausames Leben. Und kurzes Leben. Wir versuchen natürlich wieder zum Nest zu kommen. Aber erstmal fangen wir uns jetzt mit dem Fisch. Oh, das war echt ein schlechter Start. Da hatten wir echt kein Glück. Irgendwie gibt es hier einfach keinen Fisch. Das Gewässer scheint nicht so geil zu sein hier. Ich bin jetzt echt schon ein ganzes Stück lang geflogen. Keine Bläschen gesehen. Oh, jetzt hat sich aber das Gewässer auch komplett verändert auf einmal, optisch. Was ist denn da los gewesen? Sehr seltsam. Oh, da sind Bläschen. Das heißt, da können wir Fisch fangen. Machen wir mal eine Drehung. Bremsen ein bisschen. Und dann runter. Gut, das ist schon wieder lange her, dass ich das gemacht habe. Und es hat geklappt. Sehr schön. Jetzt landen wir mal eben. Und dann können wir unseren ersten eigenen Fisch snacken. Hat jetzt nicht so sehr den Magen gefüllt, muss ich sagen. Aber wir fangen einfach noch ein. Guck mal, wir sind Profis. Einer geht noch. Dann versuchen wir mal zu unserer Familie zurückzukommen. Das wäre echt cool, wenn das klappt. Vielleicht sollte ich einen Fisch mitbringen. Falls da noch Kinder sind, neue oder so. Dass ich dann zumindest ein Gastgeschenk quasi habe. Ich fülle auf jeden Fall mal eben meine Ausdauer auf. Dann fangen wir noch einen Fisch und dann fliegen wir rüber. Guck mal, da unten links waren wir gerade trinken. Jetzt erkenne ich es auch wieder. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen nur da den Berg hoch. Dann finden wir das wieder. Aber ich mache jetzt gleich mal eine schnelle Zwischenlandung wegen der Ausdauer. Und ich habe die eine Diät nicht ganz aufgefüllt. Also ein bisschen was vom Fisch müssen wir glaube ich essen. Ich hoffe, wir können auch nur ein Teil davon abknabbern. Dass ich dann gleich halt nicht mit leeren Händen aufkreuze. Das wäre ganz gut. Aber erstmal landen wir jetzt mal kurz hier. Ja, das sieht doch gut aus. Gehen wir den mal kurz hin. Bitte nicht runterrutschen. So, mehr nicht. Und dann können wir ihn wieder aufnehmen. So, ich glaube irgendwo hier oben war das. Ah, ich glaube da rechts. Guck mal. Ich glaube da ist das Nest. Oh, ich hoffe wirklich, dass unsere Eltern noch da sind. Nicht, dass alle Kinder tot waren oder alle Kinder weg waren. Und die dann einfach enttäuscht das Nest verlassen haben. Sieht aber gerade nicht sehr belebt aus hier. Da ist das Nest. Das ist echt traurig jetzt gerade. Ich habe mich da so drüber gefreut. Dass wir halt eine Familie haben. Vielleicht kommt ja gleich noch wer. Oh, guck mal. Da unten ist eine Ziege. Vielleicht gehört die ja zu unserer Diät. Und man kann übrigens auch irgendwie an so Palmen landen. Das habe ich auch noch gar nicht geübt. Können wir auch kurz testen, ob das klappt. Ah, tatsächlich. Okay, dann können wir das jetzt... Oh, okay. Da müssen wir aber aufpassen. Komm her. Hätten wir das mal gewusst, ne? Dass hier direkt Wut ist. Hätten die sich mal umgeguckt, die Eltern. Hätten einfach die Ziege hier holen können und uns retten können. Wäre das alles nicht passiert. Gucken wir mal, ob das eine Diät ist. Ah, tatsächlich. Gucken wir mal. Das wäre sogar perfekt für uns gewesen. Ja, so ein Mist. Also damit hätten die uns echt retten können. Das ist ärgerlich. Aber jetzt können wir uns wenigstens voll snacken. Und dann können wir uns, glaube ich, gleich hier verabschieden. Schade, schade, schade. Doch, da sind sie. Oh mein Gott. Oh, da sind das andere. Die sehen so anders aus. Ne, das ist unser Geschwisterchen, oder? Hey. Okay. Der hat genau das gleiche gemacht wie ich. Das ist ja schön. Das andere Kind kommt gleich auch wieder. Aber ich glaube nicht, dass unsere Eltern nochmal wiederkommen. sieht gerade echt cool aus. Ich liebe das ja, in die Isles rumzufliegen. So, wir müssen aber hier runter. Wobei, da wurden wir vom Raptor gefressen. Vielleicht sollten wir noch ein Stück weiter... Ich glaube, ich fliege da mal an den Rand. Ich glaube, das ist ganz cool. Direkt da, wo das Wasser endet. Ja, die Sonne geht jetzt auch echt unter. Könnte aber auch unser Vorteil sein. Diesmal klappt es hoffentlich mit dem Trinken. Das sah ihm wie sehr unbeholfen aus. Aber das wird alles noch besser. Wir müssen ein bisschen üben. Das sieht schon echt cool gerade aus. Obwohl es Nacht ist. So schön hell gerade der Himmel. Wir gleiten einfach Richtung Center gerade. Mal gucken, ob da noch was los ist. Es ist halt schon sehr spät. Und dann werden meist die Server ein bisschen leerer. Oh, der Server ist richtig leer. Schon 33 Leute nur noch. Oh, ich glaube, dann werde ich auch beim nächsten Mal weitermachen. Und dann bin ich irgendwo gelandet. Hab mich ausgeloggt. Und dann ging es am nächsten Tag weiter. Aber Frühstück müssen wir gleich auch noch fangen. Oh, das war so ein Fisch. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, das wäre eine Krokodilschnauze. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Meint, ich kann mit dem Terrano dann auch diesen Seilstein da ablecken? Können wir jetzt mal testen. Oh, es geht tatsächlich. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das bringt, aber dann machen wir das mal. Oh nein. Ups. Mistakes have been made. Damit sollte es aber noch nicht enden. Ich habe nochmal neu angefangen und bin dann über Nacht nochmal erwachsen geworden. So, jetzt aber zur Mitte der Karte. Ich bin auch schon wieder bald hungrig. Also wir müssen gleich auch Fische fangen. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal rüberfliegen. Und gleich bei der nächsten Abzweigung, da fliegen wir rechts. Weil ich glaube, da gibt es relativ viele Fische. Problem ist halt, dass es hier unten wieder vor Krokodilen nur so wimmelt. Weil hier sind die alle. Weil hier gibt es halt vier Wolter am Ufer. Aber das Risiko müssen wir jetzt halt gleich eingehen. Der Server laggt auch so ein bisschen. Also ihr habt es auch oft in die Kommentare geschrieben, dass ihr Ping-Probleme habt und sowas. Ich habe das auch. Also die Server laggen einfach ab und zu. Und wenn man dann als Terrano dann spielt, ist es natürlich besonders gefährlich. Weil ein kleiner Fehler, man stützt ab und ist tot. Und das kann halt schnell passieren, wenn der Server dann laggt. Wenn man gerade irgendwie in der Nähe von einer Felsklippe oder so ist. Das ist ein weißes Krok. Das chillt ja einfach. Jetzt geht es ins Wasser. Bestimmt, weil es mich gesehen hat und so hofft. Oh, den snack ich mir. Aber deswegen werden wir hier jetzt auf jeden Fall nicht angeln. Wir fliegen noch ein Stück weiter. Ich wollte halt hier gleich rechts fliegen. Und dann noch bis zum nächsten Wald. Ich glaube, da ist ein ganz guter Angelspot. Weil hier ist es alles voll mit Kroks. Da sind schon wieder die Nächsten am Ufer. Also hier kannst du halt knicken. Die warten halt nur auf mich. Guck mal, der Nächste geht auch direkt ins Wasser. Das ist echt interessant, ne? Wie die alle Bock haben auf den Terranodon. Oh, da ist ein Stego. Der ist aber ganz alleine. Andi, doch nicht. Da kommen noch mehr Stegos. Und hier ist auch ein Pachy. Ja, bei denen können wir ja so ein bisschen bleiben. Aber erstmal brauche ich jetzt Food. Das wird gefährlich. Weil man hört auch schon im Hintergrund die Dinos. Also jetzt wird es nun mal richtig risikoreich. Und ich glaube, ich habe es jetzt gerade auch gesehen. Also es ist ein bisschen laggy vom Pingen. Dann hat man manchmal diese, dieses Zurückgeporte. Fühlt sich gerade auch nicht so gut an. Aber was soll ich machen? Das ist halt jetzt die erschwerte Bedingung fürs Angeln. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin. Ich schaue mal jetzt, ob ich hier Bläschen finde. Ja, das sind auf jeden Fall Blubberbläschen. So, Schnabel rein. Und wir haben einen Fisch. Perfekt. Hat geklappt. Wir landen mal kurz zwischen. Und dann haben wir schon mal ein bisschen wieder was im Magen. Das ist ganz gut. Ist aber nur ein Minifisch geworden, leider. Das war doch schon gar nicht so schlecht. Wir müssen aber nochmal ran. Ein weiteres Mal Risiko. Erstmal gucken, wo Bläschen sind. Da springen Fische. Okay, da sind Bläschen. Das heißt, wir bremsen jetzt ein bisschen ab zumindest. Oh, jetzt sind wir schon ein bisschen noch zu hoch. Und es hat geklappt. Sehr schön. Wäre halt ganz gut, wenn wir noch irgendwie die anderen Diäten aufgefüllt kriegen. Aber dafür brauchen wir halt was anderes als Fisch. Oh, das ist ein Terran oder ein anderer. Hallöchen. Ein kleiner. Sehr schön. Sind wir nicht mehr allein. Aber wir müssen weiter angeln. Guck mal, die überquellen gerade das Wasser. Oh, das Gelänge macht es gerade nicht leicht. Ich habe Angst, ins Wasser zu fallen. Aber wir haben Fisch gefangen. Trotz Rumgelegge. Versuche jetzt mal an der Palme hier zu landen. Ich muss das ein bisschen üben. Nicht zu hoch. Und weil, wenn ich abstürze, will ich nicht sterben. Wenn ich einen Fehler mache. Aber ich will mich da jetzt eigentlich mal festkrallen. Geklappt. Ah, dann kann man ganz gut spektaten, wenn man da so ist. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Man verliert auch, glaube ich, keine Ausdauer, wenn man hier ist. Die Pflanzenfresser kommen schon. Ah, und so fliegt man weiter. Okay. Interessant. Gott, ich bin voll weit im Wasser. Oh Gott, das war knapp. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich glaube, ich bin zu schnell ans Wasser geflogen. Aber zum Glück bin ich nicht reingestürzt. Müssen wir nur die Fische finden. Oh, jetzt bin ich reingestürzt. Oh no. Oh, es leckt aber auch. Oh mein Gott, das ist so riskant. Was soll ich machen? Ich kann es halt jetzt nicht ändern. Aber dass ich da reingestürzt bin, es lag nicht am Leck. Ich habe einfach die falschen Tasten gedrückt. Sehr schön. Die Pflanzenfresser ziehen, glaube ich, weiter. Cerato Mama mit Kind. Die wollen wahrscheinlich was von den Pflanzenfressern erbeuten. Ich bleibe halt, wie gesagt, auch erstmal in deren Nähe, denke ich. Oh, die Stegos machen Angriff. Oh, das war knapp. Die haben wir fast bekommen. Aber der Cerato hat irgendwas erbeutet. Der frisst da irgendwas. Ich kann leider nicht erkennen, was es ist. Aber der gönnt sich. Ja, ich sollte jetzt auch eigentlich hier weg von diesem Ort. Ich muss halt bald wieder trinken. Ganz schön viele. Ich nehme halt Bock auf den Galli, ne? So wie es aussieht. Oh nein, ich habe mir die Knöpfen gebrochen. Jetzt muss ich dem Stego vertrauen. Ich verteidige mich, glaube ich. Oh mein Gott. Ich habe Mist gebaut. Die Beinchen sind durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, verteidige mich bitte. Oh Gott, verteidige mich bitte. Wir werden auf jeden Fall hart umkreist. Oh, sie wollen mich. Wir müssen richtig aufpassen. Oh Gott. Ich kriege, glaube ich, mein Bein auch nicht wieder heile, wenn ich nicht... Ich muss richtig aufpassen. Oh nein. Hilfe. Oh Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Ganz blöde Situation. Ja, warum kommt noch Ausdauer? Keine Ausdauer mehr. Ich muss in den Busch gehen. Oh nein, ich bin tot. Ach so ein Mist. Oh Gott, warum breche ich mir denn da die Haxen? Das gibt es nicht. Ach, wie ärgerlich. Und ja, Leute, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da, das würde mich sehr unterstützen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.